Die Leute sollen komplett sehen, wie diese Runde gespielt wurde, wenn ich hier Master werde. Wenn ich verliere, wird die Runde sowieso gelöscht. Ich lad ja nur die Siege hoch. Oder macht man das nicht so? Doch, das macht man so. Du hast einfach nur gewonnen, aber hast trotzdem 100 Games gebraucht. Wie unbefriedigend. Ey, weißt du, was ich richtig geil finde, Max? Dass du hier immer deine Lane pickst und in den Randoms vergisst du das immer. Ich mache immer erst mal so und dann mache ich das. Ich mache es immer zum Ende. Fun Run. Aber die haben keinen Tank, ne? Ne, die haben keinen Tank. Aber Mr. Mime kann halt trinkig sein. Und der kann auch richtig böse sein. Ich habe ja Max versucht zu überreden, den zu spielen, aber Max will sich ja nicht überzeugen lassen. Was? Doch, ich will spielen. Er hat nicht mal zugehört. Ich will nicht mehrfach, aber ich kann hier Normals trainieren, weil wir nur Ranks ballern. Das stimmt allerdings. Ja, wenn du mal Bock hast, zwei, drei Stunden Normals zu spielen, meldst du dich, dann zocken wir die Kombo. Natürlich. Es gibt Leute, habe ich gesehen, die spielen auf Apollo. Smite. Damit ich schnell durchkomme und anfange. Aber so fach bist du gar nicht. Also dir ist trotzdem langweilig. 30, 40 Sekunden. Ja, das stimmt schon. Lass uns oben noch den ihren Affen contesten. Ich fand den Ansatz ganz cool. Okay, zurück, zurück, zurück. Aber es ist krass, dass Botlane so viel wichtiger ist als Toplane eigentlich. Ja, ist heftig. Hopp, sind sie ein Gang? Achtung. Die haben sich ein Loller orientiert. Toplane einfach Insel. Ein Kill haben wir. Scheiße, das ging daneben. Ich baite den noch. Ich hier? Ich hier? Gut. Da bist du zu weit rein, glaube ich. Du hättest den weglaufen. Ich bin durchgeht rausgerannt. Ich sehe, hat die Mauer geplaced. Ich konnte dann noch nach oben gehen. Ich meine, du hättest ihm nicht weiter noch zum Tower eben hinterher. Weißt, wo ich am Heilen war. Als du da gesehen hast, dass du den nicht kriegst, hättest du zurückgehen sollen. Der 3 HP. Ja, bin ich auch. 3 HP und dann bin ich zurück. Und dem kranken Level Vorsprung. Na gut, der Jungle aber auch die ganze Lane hier. Wie so kranken Level Vorsprung. Ich weiß nicht, warum ich meine Space nicht aus den Minions aimen kann. Ist fuck so ab. Ja, wie so ein Level 4. Das ist doch nicht schlimm. Ja, das geht nicht. Die gehen unten die Krabbe holen. Also top bin ich jetzt in dem One-Shot. Achtung, ne? G-Time, wenn du dich erwischt, bist du instant sofort tot. Ach so. Ah, okay. Ich probier's gleich mal. Ah, scheiße. M-Boy ist ja eh eigentlich, das ist ja egal. Top Hilfe, Top Hilfe. Wir brauchen auf jeden Fall gleich ein Gang oben. Ich bin auf dem Weg. Ja, die danken auch noch. Das wird jetzt übel. Also deren Jungle war das ganze Game top. Und ich bin einfach reingehauen, wo die gewohnt hat. Krass. Ja, wahrscheinlich von dem Dings hier. Von Mr. Meimer, Mr. Meimer, ich gewohnt. Hallo, ihr jungen Läutchen, ist doch ein schöner Tag heute. Oh, du willst dich also prügeln, hä? Na, dir zeigen wir's, Opa. Da ist er. Los, auf ihn, hallo, auf ihn. Die nehm ich hier komplett am Tower. Och, hoffentlich kriegst du die jetzt noch. Nee, überhaupt gar nicht. Wie denn? Ich bin schon auf dem Weg nach unten. Okay, ist Lucario? Ich geh da rein, gell? Ja. Ich glaub, die kriegen wir im Blade. Ich bin tot. Okay, der Hase ist hier. Ja, der Hase ist Overlevel Blade. Der Hase ist Level 9 leider, was nicht so gut ist. Ist der Jungler von denen? Oder nicht? Der Hase ist der Jungler. Ja, ja, den Hasen spielen viele auch im höheren Bereich im Jungle. Die machen Treadner, haben Treadner. Zu tief. Ja. Die sind alle hier unten, ne? Alle sind unten, Max. Ab Rothom, Backdoor. Wir sind jetzt auf jeden Fall vom Level her sehr stark schon behind. Ab Rothom. Ab Rothom. Ab Rothom. Wieso weißt du, dass ich hier drinnen bin? Gedankt. Haha, die kommen alle zu mir, wie lost von denen. Wir können die aber mit guten Engages ficken. Ich denke, wir sind deutlich Jackalade-Game. Aha. Oh mein Gott, gut. Oh. Ist das nice? Sollte nice sein, oder? Sollte nice sein. Ich dich nice. Ich dich nice. Können wir danken? Dank mal alle. Ich bin deep as fuck. Kann mir jemand helfen? Ja, ja, ja. Ja, es ist egal. Es ist egal. Wir können doch dringendes machen. Jetzt schnell Dreadnought, 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 Dreadnought Burst. Ich zone die? Ganz schnell, ganz schnell. Max, alles draufhauen, was du hast. Einer muss zonen. Mr. Mike kommt. Hat sie den Wolf falsch geplaced? Okay, ich kann die nicht mehr weiter zonen. Ah, der hat die geklaut. Mr. Mike ist zu stark. Egal. Wird unsichtbar zweimal gestunt. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Was? Ja, im Rothom gemacht. Ist aber nicht schlimm. Den können wir verteidigen. Lass ihn noch näher rankommen, sonst können wir da nicht rein. Also zumindest kann ich da nicht rein. Stimmt. Okay, unten Piks ist alleine. Alle runter, alle runter, alle runter, alle runter, alle runter. Oh, die danken. Bleib du oben, Max. Okay. Auf Gnase. Level 13. Ich hab halt Impact auf alles. Nee, nee, der Ding ist jetzt nicht da. Biggie ist nicht da, chill. Sorry, das hab ich nicht gesehen. Jetzt? Ich hab ihn im Sleep. Ist das der Call? Ich denke, das ist der Call. Ich muss aber raus. Nicht ulten? Hab geultet. Ich hab nicht geultet. Zapdos kommt jetzt. Ja. Hab Pikachu? Nein, hab ich nicht. Nee, hab ich nicht. Oh, komm schon, komm schon. Oh Gott. Was? Was haben die denn? Egal, wir haben alle Ulti-Ready gehen jetzt zu Zapdos. Unterwegs. Wir müssen Zapdos machen, gell? Wir können das. Zeit für Zapdos. Und jetzt gleich rein ulten. Und den Fight gewinnen bitte. Ist an meinem Tod? Ja, Hase down. Wir gewinnen den Fight. Ja, und jetzt Zapdos. Jetzt Zapdos, Zapdos gewinnen. Zapdos, Zapdos, Zapdos. Oh Gott sei Dank. Jetzt dürft ihr Zapdos euch nur nicht klauen lassen von Relax, oder dann haben wir es. Dann kann er nicht klauen. Elde Boss kommt. Und jetzt danken, 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 danken. Ich geh bottom, ich geh bottom. Max geh bottom. Ja, ja, zwei Top, zwei Top. Wer von euch geht jetzt oben? Einer in die Mitte. Ich geh bottom. Pix geht hier? Ich geh in die Mitte, Pix. Hoch, hoch mit dir. Hab gedankt, fertig. Könnt das nächste Goal. Gott sei Dank, Leute, dass wir das so gut gespielt haben an Baron. Na, wir haben wir verteidigen. Jetzt müssen wir verteidigen, ne? Back, alle back, alle back, oder was? Ich bin down. Ja. Ja, ihr müsst back. Ja, alle back. Kommen die top, oder was? Ja, genau. Ja, genau. Ich springe jetzt top. Ich springe. Nein, 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 warte, bis die da sind. Unten, 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 unten. Ich springe unten. Aufgeholt. Die sind so sauer, gell? Ja, richtig. Richtig, richtig. Die sind so fiss. Insane. Ich hab's gesagt, die haben keinen Tank. Die verkacken jetzt auf das Fick. Yes! Insane. So geil. Dickes GG, Jungs. G-Time einfach Master. War das aber auch ein anstrengendes Gehrechen wieder? Und dass ich das auf Video habe, nennt mich ab sofort Master G. Okay. Ansgarnaht! Ich komm mich über東. Ich komm ein noch einen重,- 스�